Hey ho meine kleinen Elfen und willkommen mal wieder zu einem neuen Shop hier mit der kleinen Elfe Leon. Hi. Mit der großen Elfe Maldi. Salam. Und die kleinen... Wo ist denn die große Elfe? Keine Ahnung. Und die kleinen, die der kleinen Elfen war zu nix. Hallo, die kleinen, frischen Tunnel. Oh mein Gott. Und hat sich der Shop... Oh mein Gott. Was ist das für ein neuer Kick-Age? Tussisleid ist wieder drin. Nice, denn Schneegestöber ist drin. Okay. Irgendwie nicht geil. Ja, ich hab ja, Junge. Golf... Golfniger ist drin. Okay, okay, okay. Dann sind die hier das komplette Ruby-Bundle wieder. Dann gehen wir mal runter. Oh, nicht. Nachthexe und Krypto so wieder noch. Was ist das für ne Hacke, Alter? Ist die nice. Du bist an sich ja eigentlich ein geiler Skin, ne? Alter. Mit dem Bergpäck ist Krypto geil, aber sonst... Snipe. Snipe. Snipe, das ist einfach die perfekte Hacke hat. Den Rasen der Ansturm ist wieder drin, ist okay. Pumpernickel ist einfach für Leerung gemacht. Langsames Klatschen ist für Maldi. Denn wie gesagt, immer noch hier die Dings-Songs, das Kind, ich hab den auch vergessen. Von The Walking Dead sind hier immer noch die gleichen Weihnachtsgenzinger von gestern. Die beiden Weihnachtsdagen wie vorher, die Star Wars im Griff. Und auch immer noch das sehr verkackte Masterchef, auch in der Kuh ist seit, gefühlt, seit zwei Wochen. Junge, der ist wirklich so lang. Und genau die gleichen Pakete wieder. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Mit den kleinen Zuckerstangen-Leckern. Essen, keine Ahnung. Fangen wir aufs Amazon. Und dann, ciao, Leute. Schönen Abend euch noch.